ja also um das da müssen wir schon mal keine sorge machen wir haben jetzt geht weg da und du genau du einen davon und macht den da macht macht das einfach alles weg 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 was zur hölle okay mach da jetzt ein stein hin was irgendwas ist da grafisch komisch hinten so geht doch nein 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 aus 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 weg du aus ja dann gehen wir hoch verscheucht den zwerg da und geben einmal auf die ommen falls er nicht weg geht einfach ein bisschen rabiat das können zwerge schon ab du darfst einen neuen und währenddessen bauen wir noch ein paar mehr davon stein wasser haben wir also nicht mehr so viel aber das können wir jetzt hier endlos produzieren stein 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 so nicht dieses doofe genau schon wieder nacht und dazu klack befreien den befehl aufheben so das ding bräuchte jetzt nur was mit dem eisblock da unten ach so warte mal bau eis bau eis guck mal weiter geht wir brauchen da auch noch eine brücke wie schaut es sonst aus die goblins nerven die müssen bald weg eisblöcke müssen weg schmelzen die jetzt verschmelzen nur wenn sie unten sind drei zwei mal kurz nicht hingucken die schmelzen nicht gerade nicht da kamen graben und aufs kaffolding drauf ging die nicht nähe ok du nee du will jetzt wer kontrolle übernehmen kannst doch nicht in ah doch in wasser reinbauen kannst du so können wir das aushebeln aber jetzt schmilzt es nicht mehr doch da auch hier wird das ganze wasser verdrängt das fand ich so schön wenn die jetzt da oben auch noch schmilzen ist alles gut das hat mir eben gar nichts gebracht da hatten wir schon gesetzt da brachte es gar nichts ne also es muss wohl am grund von dem ganzen sein und da ist nur bedingt platz das ist jetzt ganz so gar nicht schön da müssen wir uns irgendeinen trick einfallen lassen also weg 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 nur was für ein trick wir könnten vielleicht naja wir können in der mitte hier den steg nach oben machen und dann immer den block hier drauf setzen vielleicht muss es einfach auf dem boden sein von was auch immer hier geht raus kein bock dass ich ertrinkt oder wir machen das oben machen und durchlauf warte mal ich teste mal ganz kurz was du geh da hoch jetzt nein nicht was zur hölle hast du da gerade gemacht so du mach dann sowas und setzt das wäre auch eine schöne falle wir setzen da so ein stein hin und wir machen da ein ganz tiefes runterfallding so 21 22 23 24 24 25 er schmilzt nicht stimmt in der oberfläche schmilzen die eh gar nicht okay was war ein ding wieder boden neu machen komischen zombie töten schnetzl 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 genau warum ist hier noch ein befehl ach so äh ja das müssen wir gleich mal machen hm wir können hier irgendwo eine einbuchtung machen nicht ertrinken bitte nicht ertrinken nicht hin ah ich komme da gar nicht hin warte darauf darauf so hoch äh wir machen das ganze was wir jetzt schön aufgebaut haben wieder kaputt was machst das so zusammen das zeug ein okay Eisblock wenn müssten wir es weiter oben bauen ne ja hier oben so damit die ganzen verteidigungsanlagen noch mehr unterhüllt werden dann irgendwie schmilzt das auch nicht fackeln also ja meine idee war gerade hier so eine kleine hülle zu machen da ein Eis rein zu packen und das schmilzt und läuft hier runter da rein aber das klappt nicht ich habe anscheinend die mechanik noch nicht gut genug verstanden und die sterne gehen immer noch rum also meine theorie momentan ist es hängt mit den Sternen zusammen wobei das nicht wirklich Sinn machen kann weil wir haben ja gesehen wenn wir es hier unten hinstellen also auf der unterste Ebene dann schmilzt es hier oben nicht hier da nicht gar nichts nirgendwo schmilzt es das klappt so also nicht und mit den Sternen hat es auch nicht mehr viel zu tun du weg so nein geh ja mach das weg ich mach es wieder hin und hier geht alle weg bitte Steinmauer was ist denn in den unteren Feldern so besonders hier sind der Boden des Raums daran könnte es liegen nein nicht dass wir kamen da muss ich drüber nachdenken hier geht er bitte erstmal wieder raus hier geht er bitte auch mal raus dann kriegt er auch bald eine Brücke und bringt mir die ganzen Schafe hier oben das Treibern so fischen fischen scuffolding weg da und da dorthin den ganzen Ramsch hier abbauen bitte so der mag gar nicht Schnee entfernen Schnee entfernen Koblenz töten Schafe ist okay äh Tick Bomb Tick 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 Silberzeug ist noch ganz schön weit weg Papier Papier braucht Wasser Holz Kohle kein Wasser mehr das lässt sich beheben wow achso da ist ein Schaf gestorben und was passiert da gerade sieht fast aus wenn sie irgendwas von hinten durchfrisst ok weg damit das ist nur ein Grafik Klitsch gewesen ein wackerer Zwerg taucht an das Fleisch ranzukommen und kommt nicht mehr raus das kann weg hier ist richtig viel Gedöns ja ähm na gut du sammle bitte mal Wasser hier du sammle hier auch Wasser und dafür setzen wir gleich neue Eisblöcke also hier passt das ja einwandfrei hier ist es nicht bei dem untersten Block also wir hatten einfach hier ein Eisblock hingestellt und der ist dann weggegangen also da und da wäre das in dem Fall ist allerdings wieder der unterste Block in diesem Raum in Anführungszeichen also in dem Gebiet und das hat eine Fackel aber die Fackel sollte eigentlich nichts sagen die Wasserblöcke rutschen im Wasser runter weil sie schwerer sind als Wasser sehr schön so die Blöcke müssten jetzt schmelzen alles wo ist das gleich wieder abgebaut du Terroristenzwerg Bau Eis ja schmilzt okay Bau Eis Bau Eis ich glaube ich probiere mal den Raum hier mache ich das nochmal weg 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 das ist 2 hoch ist um vielleicht als Raum zu gelten dann stelle ich hier das Wasser hin äh sei es denn wir könnten hier noch einen Zugang nach unten machen wenn es denn klappt jetzt kannst du gleich weitermachen dort Hämchen willst du aber nicht will er hier machen okay kein Weg komm schon können wir nicht wieder gegen Kleinigkeit gleich wieder zurück gehen so Eisblock dahin bauen bitte gucken was passiert und nix passiert warum passiert nix so unterirdisch nicht besonders dunkel was war das hier auch nicht außer das Portal macht Licht hm okay abbauen zu zu kriegen das echt nur hier unten hin und da ja es ist sehr irritierend sehr irritierend aber das wird bestimmt hier bei den Kommentaren eine gute Lösung haben oder im Forum im Forum haben wir auch recht viele Leute die sich da sehr interessante Dinge einfallen lassen zum Beispiel GMI ist sehr fleißig dabei hat mir schon sehr viele Tipps gegeben äh töten einsammeln und hier ihr kriegt Skaffo links komm da bräuchten wir neues Eis da bräuchten wir Eis und noch mehr Wasser ich will keine Wasserprobleme haben und macht ein bisschen Ordnung so das da wieder mit dazu schlafen ist gut was sagt der Techbaum wir brauchen ein Portrait dafür brauchen wir Farbe Papier hier Bretter und Nägel und dich müssen wir aufhängen okay ein Zwergen Portrait äh äh da hei da hei hei da schon hätte grad ein Schneeball geklaut was war irgendwie so ein Spiegel oh das sind random Portraits das ist nicht schlecht also normalerweise bin ich ja nicht so ein Deko-Fan aber wenn das wirklich random Bilder sind hat das schon mal was äh ihr müsst beschwören wann haben wir die denn bekommen ähm 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 da hi 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 so äh hier wir haben noch 8 Minuten okay Portal 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 Ongar Ongar ja macht alles totes okay ich will eigentlich nur das ganze Holz hier haben Ongar so und da will ich meine Minions hochschicken muahahahaha wussch wir sind so cool fliegt meine Minions fliegt ja sehr cool so äh Zwerge F1 macht mal den Schnee hier weg damit ihr ja nicht auf die Idee kommt die teuren Sachen der Minions einzusammeln mach die Bäume hier weg das da weg alles weg das das so das und das und das und das und er setzt vorne Schnee du musst auch noch sterben ah sieht cool aus sehr cool sehr cool naja ja die müssen wir bis nach der Welle warten hier brauchen wir noch einen Eisblock hier ist genug du kriegst auch mal per Masker vorliegen das hier unten sieht interessant aus was haben wir jetzt noch freigeschaltet ohne es mitbekommen zu haben ach da war der im Feuerball 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 haben wir einfach musst du nicht erforschen müssen wir noch sprechen wussch hmm